Ich ziehe um, ich ziehe aus und so viel Zeug, was im letzten Jahr nicht geklappt hat, was mir nicht gut getan hat, was mich verändert hat. Und jetzt ziehe ich aus. Das erste Mal, seitdem ich geboren bin, in meiner anderen Wohnung, ohne meine Mutter, ohne meinen kleinen Bruder. Ein Lichtblick, ein Schritt zum Erwachsenwerden, auf den ich schon so lange warte, geht endlich in Erfüllung. Und ich freue mich und bin wieder bereit, meine Videos neu zu starten. Mama, Papa, auch wenn es mir keiner glaubt, aber ich werde Filmemacher. Freunde, irgendwann, in Amerika, in Deutschland, auf der ganzen Welt, egal wo, ich finde alles. Und ich danke allen, die daran glauben. Allen. Ich werde bei den ganz Großen mitmachen. Das war ich. So, ich gebe Ihnen, die ganze Zeit. Ich gebe Ihnen, die ganze Zeit. vor allem mich, dass es sich für Hoy und hoffen. Also, wenn ich Ihnen jetzt nicht richtig. Kann ich Ihnen, mich nicht, dass wir heute heuteuriалы, Ich gebe Ihnen, weil ich heute heute heute. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.